hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble und hier ist am start lona immer am essen so auf jeden fall was habe ich heute vor ich wollte die hülle weiter erforschen ach ich wollte noch mal schnell nach heißen gucken also schnell die für höhle erforschen hier ist zum beispiel nichts mehr was ich interessant finde also verschließt sich hier einmal damit ich hier auch nicht mehr reinhine werde ich das so verschließen dann geht es hier runter das verschließen wir auch mal nein ein creeper hey der hat mich erwischt das eisen drunter das ist doch nice ach mensch ich hasse das warum macht er das immer dann soll er springen das macht er nichts ist ja klar so dann gehen wir mal hier runter hier ist kohle kohle ist auch gut kohle ist kohle ist kohle ist kohle ist Da ist auch nix drunter. Wo komme ich hier eigentlich raus? Wenn ich mal fragen darf. Darf ich fragen? Was wirst du fragen? Wo komme ich hier raus? Keine Ahnung. Gut. Oh, das ist scharf. Scharf. Ammer. Ammer. Und wieder hier runter. Da. Upsa. Die Stufen sind weg. Die wurden zerbombt. Aber warum? Hat Luna kaputt gemacht. Ein Zombie. Hilfe Baby. Ein Zombie. Das ist scharf. Das ist scharf. Das ist scharf. Das ist scharf. Ja. Ich gehe weg. Ja, mach das. Entschuldigung. Ich habe gelacht. Hihihi. Weil du nur deine Fotos hast. Hm. Fotos von mir sind doch nicht witzig. Die sind schön. Tschüssi alle. Ich bin weg. Alle. Alle. Ich bin alleine. Äh. Nein. Ich muss nicht. Alles muss in Ordnung sein. In Ordnung. Ordnung. So. 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 Ich bin wieder laut. Lauterbär. 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 Der Mann hat gesagt, ich muss raus. Weil ich zum Lauf bin. Ich glaube, das hätte sie gehört, oder? D проблемы, oder? Ich bin transposieritztert. BoeIM. Ich bin glücklich. Woll raus am lange. Durch es? Oh, Falou. Univers mirrors sind von hinten. Das ist gut. Du hast einen Gl buckle. Du hast einen riesigen Versch Smack. Mensch, hier war nichts mehr, schnapp ich mir die Kohle weg. Ja. Dann noch hier mal schnell. Alles zubauen, was geht. Upsa. 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 Oh, jetzt habe ich keine Steine mehr. Kies. Nein. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Ah, nimm mal vier. Viermal Bruchstein mit. Und dann nehmen wir, so, fällt mir noch alles um hier. Die Kohle, die ist da voll, okay. Dann nehmen wir Eisenerz. Wo ist Eisenerz? Da ist Eisenerz. Dann schmeißen wir das auch noch schnell rein. So. Haben wir das auch schon mal. Ein Ei. Okay. Kam nichts raus. Dann werde ich hier jetzt mal alles zubauen, damit ich nicht mal hier reinrinne. Ah. So. Hier ist alles zugebaut. Und hier auch gleich. Wer war das? Der. Ha. Hat er sich gedacht? Das hat mich kaputt gekriegt. Nichts da. So. Den zu machen. Jetzt ist der Gang auch verschlossen verriegelt. Hier müsste alles raus sein. Hier müsste alles raus sein. Oh. Hier ist unser. Das ist ja Eisen. Das ist doch schön. Kranit. Ach. Oh. Die ganze Nachrichten hier. Das das ja Ads sind. Das. 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 lege ich wahrscheinlich später noch mal runter. Wenn ich schon vorher da runterfalle. Ha. Ha. So, haben wir den jetzt auch zugemacht. dann gehen wir jetzt mal, ne nicht hier, wir gehen erst mal da rechts rein ich denke mal der weg hier ist schnell zu ende ja ich frage hier schon mal ich habe ein déjà vu so, haben wir das auch schon mal verschlossen jetzt können wir uns aussuchen, ich glaube wir gehen mal hier lang oh cool ach, das ist der weg also dann fährt er da lang oder da lang, beide wege führen nach oben da ist nichts, dann gehen wir erst mal hier oben weiter oh, da fährt auch mehr oh, da fährt auch mehr gleich muss man erst mal eine neue Axt machen weil es sieht so aus, dass die nicht mehr lange lebt dass sie gleich kaputt ist hm, jetzt komme ich hin da hoch hmm, jetzt komme ich hin da hoch hier wow Das sieht auch schon mal gut aus Bisschen Eisen Ah, hier ist nichts mehr Also ich wollte ja eigentlich nur jetzt Eisen und sowas abbauen, wenn ich was finde Und auf die Hoffnung, dass ich dann eine Diamantspitzhacke kriege Aber jetzt habe ich schon wieder verlaufen Ah, ich glaube da oben muss ich hin Da oben Oder warum doch nicht Meine Güte Jetzt brauche ich Eine Eisenachst Machen wir gleich drei Stück Eisen habe ich ja genug Deswegen Mache ich jetzt alles mit Eisenachst Geht noch ein bisschen schneller Da leuchtet Licht Das sieht gut aus für mich Oh, der da nicht Ja ich brauche ein bisschen essen dann laufen wir jetzt wieder hier rein oder erst unten ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht oh schön also wird das heute nur reiner Farmen Tag ich werde hier alles abfarben was ich finden kann das sieht so gigantisch aus bevor ich meinen Weg dahin verliere muss ich den glaube ich nochmal markieren oh so da ist noch ein eisen 234 ok für preisen also hier ist schon mal nichts da kann ich den weg schon mal zu bauen da ist noch was schön normalerweise übersehe ich ja sowas immer aber da habe ich jetzt gerade mal ein bisschen glück gehabt so zu Klappe zu, aber dort das auch schnell verschließen bevor ich da runterfalle weil ich kenne mich ja das sind immer so Sachen wo ich gerne runterfalle oh über mir ist noch Kohle ohne Hände so so jetzt habe ich hier die Cola da ist noch nicht ach aber jetzt habe ich die Kohle hier weg geholt da ist noch eisen drin oh jo bisschen mehr sogar ja das wird wirklich nur Kohle und Eisen fahren heute hier das ist noch mal auch die jetzt so habe aber ich ok na gut, dann machen wir hier nochmal zu und das zu hier ist der große Platz, den ich meinte, der so riesig aussah, aber hier war ich ja auch schon mal wow ich wurde getroffen oh oh na gut, ich renne jetzt schnell raus hier wieder, wenn ich den Rückweg finde aber ich denke mal, das werde ich schnell finden hoffe ich oh zum Beispiel der Weg nicht den kann ich dann schon mal hier verschließen ich finde hier nichts weiter also machen wir hier eine Mauer rein ich mache das extra mit dem Bruchstein, dann sehe ich immer, ah hier war ich schon, weil der kommt nicht in natürlichen Form vor, sondern immer nur hier als normaler Stein und das ist halt mal ein Anhaltspunkt, wo ich dann weiß, ah ich war hier schon mal und hier ging es nicht weiter aber ich muss jetzt wirklich da hoch bin ich bin da hoch bin ich da hochgekommen so ach, das war der Weg das war der Weg ja, ich weiß den Weg wieder hurra ich dachte, das wird nicht allzu lang dauern wer einen Weg sucht wer einen Weg sucht, der findet einen Weg da das war ich nochmal hier ein bisschen so dann weiß ich auch immer schön dass das hier mein Eingang ist und das hier nicht ins Loch reinfalle das könnte nämlich böse enden wenn ich da so ein bisschen ins Loch reinfalle so, den machen wir aber nochmal weg hier sieht ja nicht schön aus so, dann rennen wir schnell nach da hinten zu meinem der kleinen Farm oh eine Kohle auch schön das ist eine andere Hölle das mache ich auch von einem Mal erst mal muss ich jetzt ach, was ist das ich habe Angst ach erst mal muss ich jetzt ganz schnell zu meiner Farm weil mein kleiner Scheißer hier Angst hat und Hunger und ist denn da schon was zum Essen fertig nicht wirklich nicht wirklich ach der war noch nicht fertig das machen mit vollen Zombie kommt was kann ich denn jetzt noch essen ich habe nichts zum Essen na gut ich werde hier erstmal so paar Minuten warten und das mache ich nächstes mal also locke ich mich hier aus das war es für heute nur ein kleiner Farm Tag also Kohle und Eisen das war's ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen tschü tschü tschü